In die Natur gehört. Wir haben da unter der Brücke eine Mulde von der EMA 48 zur Verfügung gestellt bekommen. Da die Sachen reingeben. Es wird eine unserer Sea Shepherds dann drinnen stehen und das Ganze sortieren nach den Materialien. Das heißt, es wird dann wirklich ganz genau in die internationale Datenbank eingegeben, welche Materialien da sind. Das heißt, wie viele Chickstummeln, wie viele Kronenkorken, Essensverpackung, Plastiksacken, Flaschen. Das wird dann ganz genau aufgelistet. Das heißt, es wird in der Mulde dann sortiert, gezählt. Und wir sollten bis halb zwölf, zwölf fertig sein, weil die EMA 48 dann die Mulde abholt. Das ist auch der Grund, warum wir so früh beginnen. Nicht, weil wir solche Morgenmenschen sind. Die EMA 48 möchte dann auch einmal ein Wochenende haben und die holen dann die Mulde ab. Gut, los geht's.